Die letzte Nacht haben wir mit unserem Basilisk-Wohnmobiljahr auf Empfehlung vom Basilisk-Hörer Freddy das Kaiseraugst auf einem Campingplatz verbrochen. Unterdessen sind Jean-Luc, Vicky und ich etwas weitergekommen. Und zwar sind wir wieder zurück zu Basel. Wir sind im Klein-Basel gelandet. Wir sind im Heer-la-Matte-Areal. Hier ist ein Basilisk-Hörer, der sich von uns Tickets für das Summer-Stage, für das Cold-Konzert dazu beobachtet. Und zufälligerweise haben wir noch Tickets vor euch. Und die bringen wir dann gerade im Basilisk-Hörer. Und in unserem Basilisk-Wohnmobil haben wir auch noch ein paar Tickets für euch. Und die gibt es heute so, weil mit dem Basilisk-Camper fahren wir direkt aufs Areal vom Summer-Stage-Festival und schauen vorbei. Wir freuen uns auf euren Besuch. Basilisk-Wohnmobil